Radio PSR Ich bin Steffen Lukas von Radio PSR, hallo. Ich bin's die Caro von den Guten Morgenmachern von Radio PSR. Hallo, ich bin Henry Nowak von den Radio PSR Guten Morgenmachern. Hallo, hier ist die Claudia Schier von den Guten Morgenmachern. Also langsam kann ich ja auch um den Schwitzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Definitiv ein Job, der Respekt verdient. Definitiv ein Job, der Respekt verdient. Definitiv ein Job, der Respekt verdient. Das ist ein Job, der ordentlich Respekt verdient. Also wenn das kein Job ist, der Respekt verdient, dann will ich auch nicht.